Die Adacor FAQ. Heute? Was ist eigentlich VPN? VPN steht für Virtual Private Network, also ein virtuelles privates Netzwerk. Was genau das heißt? Ganz einfach. Früher, als Ihre Internetseite noch auf dem alten Server im Serverraum lag, reichte ein Netzwerkkabel, um administrative Tätigkeiten durchzuführen, zum Beispiel Rechnungen bearbeiten oder Einstellungen ändern. Das war dann auch sehr privat und sicher, weil ein physisches Kabel nun mal sehr unpraktisch für mithörende Dritte ist. Heutzutage liegen aber insbesondere anspruchsvolle Projekte bei externen Hostern wie Adacor, weil das einfach sicherer und die technische Umgebung erstklassig ist. Dadurch lässt sich eine sichere Verbindung aber nicht mehr einfach mit einem Netzwerkkabel herstellen, denn das müsste ganz schön lang sein. Genau hierfür gibt es das VPN. Um eine Verbindung zu Ihrem Server aufzubauen, benutzen Sie deshalb heutzutage das Internet. Doch das ist natürlich nicht so sicher wie ein Kabel, denn die Kommunikation läuft dabei immer über mehrere Zwischenstationen. Ein VPN simuliert nun mit einer Verschlüsselungstechnik einfach das ursprüngliche Netzwerkkabel. Es baut sozusagen einen Tunnel um Ihre Verbindung auf, den nur Sie befahren können. Die Verschlüsselung kann dabei nur an den beiden virtuellen Kabelenden verstanden werden. Also ist die Kommunikation zu Ihrem Server mit dem VPN-Tunnel jetzt wieder absolut sicher. Ganz einfach. Ach ja, falls Ihr Admin Sie jetzt mit Begriffen wie EICV2, TLS oder SSL zutextet, dann schicken Sie ihn einfach zu uns. Wir kennen uns damit nämlich ziemlich gut aus. Ehrlich. Mehr Infos gibt es auf der ADACOR-Seite und im nächsten FAQ-Spot. Einfach mal reinklicken. ADACOR. Expect more.